Gegen Girona war Ronaldo in der Hälften, 47., 64. und 90.1 erfolgreich. Für den EM-Champion waren es im 288. Ligaspiel in Spanien Tore Nr. 304 bis 307. Ronaldos Torserie seit dem 21. Januar, 21. Januar, Real Madrid, Deportivo La Coruna, 7,5 Tore, 27. Januar, FC Valencia, Real Madrid, 1, 4 halbe, 3. Februar, UD Levante, Real Madrid, 2 zu 2, ohne Tor, 10. Februar, Real Madrid, Real Zotida, San Sebastian, 5, 2 Drittel, 14. Februar, Real Madrid, Paris Saint-Germain, 3,5, 18. Februar, Betty Sevilla, Real Madrid, 3, 5 Eintel, 24. Februar, Real Madrid, Deportivo Alaves, 4, 0 halbe, 0 3. März, Real Madrid, FC Getafe, 3, 1 halb, 0 6. März, Paris Saint-Germain, Real Madrid, 1, 2 Eintel, 10. März, SDI Bar, Real Madrid, 1, 2 halbe, 18. März, Real Madrid, FC Girona, 6, 3 Viertel, Video, Zidane Adelt Ronaldo, aus einer anderen Galaxie. März, PSG, 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 PSG.